Viele von euch werden wahrscheinlich denken, ach Don, die Brücke ist langweilig, quäle uns doch nicht damit. Nein, sie ist nicht langweilig, die wird richtig cool, Leute, die wird cool, glaubt mir. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich zeige euch die coole Version der Brücke, die wirklich coole Version. Und dazu müsst ihr kurz dranbleiben. Als allererstes zeige ich mal, was wir beim letzten Mal gemacht hatten. Wir haben beim letzten Mal im ersten Part eine Brücke erstellt, wo wir drauf gehen können und auch unten durchgehen können. Nichts Besonderes, denkt man, aber es war für den einen oder anderen was Neues. Und das Ganze wird gesteuert über diese vier Ereignisse. Ein bisschen unschön, finde ich persönlich. Und deswegen zeige ich euch, wie ich das Ganze umsetzen würde. Man kann das nämlich auf verschiedenste Weise umsetzen. Und ich würde das Ganze mit einem einzigen Steuerevent bzw. Ereignis umsetzen. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und ich habe noch ein paar Special Features eingebaut. Wow! Wir werden mal kurz den Startpunkt hier setzen. Spieler, Startpunkt. Und dann kann ich euch das Ganze nochmal demonstrieren. Man kann einfach ganz normal hochgehen. Und man kann auch unten durchgehen. Aber dann wird die Brücke transparent. Und wow! Eine Truhe! Wo kommt die denn plötzlich her? Es offenbart sich auch, dass darunter vielleicht auch Objekte versteckt sein könnten unter der Brücke. Also wird die Brücke kurz transparent. Das kann man natürlich auch für andere Objekte, für Bäume oder so, wenn man hinter Bäumen lang geht, werden diese kurz transparent etc. Also das kann man auch anderweitig umwurschteln, wie man es halt braucht. Also das muss jetzt nicht unbedingt eine Brücke sein. Das kann auch ein Baum sein oder ein Haus, eine Wand, was auch immer. Was kurz transparent wird. Gut. Alles wird gesteuert über im Grunde dieses eine Ereignis hier links oben in der Ecke. Ich packe die immer links oben in die Ecke. Das ist einfach meine Angewohnheit. Könnt ihr hinpacken, wohin ihr wollt. Ihr könnt das auch hier hinpacken. Da, wo es euch am wenigsten stört. Bei mir ist das in den meisten Fällen links oben die Ecke. Dann habe ich noch eine Truhe. Und so weiter und so fort. Wir kommen aber jetzt erstmal zu der ganzen Sache. Wie wir das Ganze umsetzen. Wir fangen also an. Wir sind aktuell ja an diesem Punkt. An diesem Punkt sind wir nach dem letzten Video. Ich kopiere kurz die Map. Und damit ich das Original nicht verändere. Und benenne das mal kurz um. Könnt ihr auch machen. Und dann können wir loslegen. Müsst ihr aber natürlich nicht. So. Zuallererst löschen wir diese vier Ereignisse. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen, wie gesagt, nur noch ein Ereignis. Das packen wir jetzt hier links oben in die Ecke. Wir geben dem Ereignis jetzt keinen Namen. Spielt nicht so eine Rolle. Wichtig sind die Inhalte. Und der Auslöser. Auslöser. Parallel. Das ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Auslöser. Parallel. Nicht vergessen. Priorität. Alles egal. Könnt ihr alles so lassen. Wichtig. Auslöser. Parallel. Gut. Fangen wir an mit den Inhalten. Die werden mehr oder weniger etwas kompliziert. und enthalten auch etwas JavaScript. Aber das ist eigentlich nichts Besonderes. Wirklich nicht. Inhalte. Wir doppelklicken auf die Zeile, auf die Leere. Bedingte Verzweigung brauchen wir. Wenn ein Skript, den wir jetzt hier reinschreiben. Wenn ein Skript $ GamePlayer Punkt Pose wie Position und dann in Klammern schreiben wir die X und Y Koordinate rein. Die müssen wir uns jetzt herleiten irgendwo her. Wir brauchen die. Wir haben ganz einfach die Möglichkeit, entweder die Position wieder hier an der Treppe abzufragen. Aber das machen wir nicht. Wir fragen direkt die Position vor der Brücke ab. Das ist ein bisschen besser. Beim letzten Mal habe ich das nicht so gemacht, weil man dann hier übelst viele Ereignisse gebraucht hätte. Vor allem wenn die Brücke noch länger ist und noch breiter ist. Dann hätte das extrem viele Ereignisse gebraucht. So brauchst du ja trotzdem nur ein Ereignis. Da ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Gut. Aber wir brauchen die Koordinaten. Wenn der Spieler sich befindet an Punkt 3,2. Steht auch immer schön hier unten fast in der Ecke. Also hier unten in der Leiste. Auf Position 3,3. Position 11,2. Und Position 11,3. Also x3, y2, x3, y3, x11, y2 und x11, y3. Können wir uns merken. Gehen wir nochmal rein. Leertaste. Und schreiben das Ganze hier rein. Wir fangen an mit 3,2. 3,2. Das Simikolon können wir weg machen. Das war Quatsch. Also ihr schreibt einfach nur rein Dollar Gameplayer.Position 3,2. Können auch ein Leerzeichen noch dazwischen machen. Ist aber optional. Dann Klammer zu. Ich werde das so in die Videobeschreibung reinschreiben. Dann könnt ihr das einfach rauskopieren. Ich werde das genau so machen. Dann ersetzt ihr einfach x und y einfach mit den Zahlen. So. Machen wir jetzt 3 und 2. Dann kommt ein Oder. Weil wir wollen ja vier Felder abfragen. Oder wird geschrieben in JavaScript und auch eigentlich in allen Programmiersprachen, die ich kenne. Über diesen senkrechten Balken. Der ist beim Größer-Kleiner-Zeichen mit drauf. Neben y. Falls ihr das jetzt nicht findet, ist es neben Shift. Okay. Ich denke mal, ihr solltet das gefunden haben. Das Größer-Kleiner-Zeichen. Und da ist ein senkrechter Balken mit drauf. Wie können wir den schreiben? Weil wenn ich einfach nur die Taste drücke, kommt ja kleiner als. Dazu muss ich Alt-Gr drücken. Alternative Gruppe. Und dann zweimal diesen senkrechten Balken machen. Nochmal Leerzeichen. Und dann kann ich noch einen Befehl einfach hinten ranhängen. Gut. Eigentlich ganz easy. Peasy, denke ich mal. Gut. Und dann können wir jetzt unendlich viele Abfragen machen. Im Grunde. Und können über dieses Oder-Zeichen immer ein Oder dazwischen setzen. Und das machen wir jetzt auch so. Das ist dann Position 3, 3. Position 11, 2. Und 11, 3. Und das sind dann die vier Positionen. Fertig. Okay. An dieser Stelle muss der Schalter angeschalten werden. Bedingte Verzeihung nicht. Schalter steuern. Aufbrücke ist an. Weil wenn wir hier auf einem dieser vier Felder stehen, wollen wir ja höchstwahrscheinlich auf die Brücke drauf gehen. Können wir gleich mal ausprobieren. Sollte eigentlich funktionieren. Jetzt kann ich unter die Brücke gehen. Okay. Das funktioniert. Super. Und wenn ich hier drauf gehe. Funktioniert. Tada. Ich kann auf die Brücke gehen. Mit F9 kann ich auch das Ganze nochmal kontrollieren. Ob alle Felder funktionieren. Ging auf ON. Und ging auf ON. Alles klar funktioniert. Scheinen alle zu funktionieren. Und jetzt machen wir hier die Leiste. Und hier die Leiste. Also die fünf Felder oben und die fünf Felder unten. und schalten den Schalter dann auf OFF, damit ich dann unter die Brücke wieder gehen kann. Okay. Dazu kopiere ich das Ganze einfach. STRG C, STRG V. Leertaste bei Schalter steuern 1. Und dann auf Aus. Übernehmen. Und wir müssen die neun Koordinaten eingeben. Die neun Koordinaten sind dann 5, 1. Also X, 5, Y, 1. Y wird immer gleich bleiben logischerweise jetzt erstmal. Dann 5, 6, 7, 8 und 9. Und dasselbe nochmal mit 4. 5, 6, 7, 8 und 9. Gut. Wir fangen an mit 5, 1 bis 9, 1. Tragen das einfach ein. 5, 1. 6, 1. Man könnte das auch ein bisschen anders machen. Aber so finde ich es eigentlich okay. Es geht noch besser. Tatsächlich. 8, 1. Aber es ist eigentlich so gut genug. für das, was wir hier machen wollen. So. Und 9, 1 haben wir. Jetzt brauchen wir nochmal ein oder. Kann ich auch reinschreiben. Wollen nicht kopieren. Ein oder. Und kopieren uns nochmal alles. so markieren. Kopieren. Zack. Nach ganz hinten. Schmeißen alles nochmal ran. Wir müssen jetzt nur die Zahl hier ändern. Das war dann die 4. Die aus der 1 machen wir dann immer die 4. Und dann haben wir 5, 1, 5 und 5, 4 und 6, 1 und 6, 4 und etc. pp. Sollte eigentlich alles so weit verstanden sein. Gut. Und dann geht der Schalter aus. Wir prüfen das. Ups. Ähm. X. Sollte eigentlich funktioniert haben. Ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn man es einmal grob verstanden hat, ist das eigentlich kein Problem. Und es funktioniert. Können wir mal mit F9 die Brücke auf On schalten. Und sie schaltet sich automatisch wieder auf Off. sobald ich unter die Brücke gehen möchte. Sehr gut. Das funktioniert so weit. Sie wird aber noch nicht transparent. Das ist dann der nächste Schritt. Das ist wieder ein bisschen Klickerei und ein bisschen Arbeit. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es ja vorbei. Dann muss man das ja nicht nochmal machen. Es ist aber natürlich ein Haufen Arbeit. So. Dazu machen wir eine Bedingung. Bedingte Verzweigung. Wenn der Schalter auf Brücke aus ist. Der muss aus sein. Weil ich will ja nicht auf die Brücke. Ich will ja nicht, dass wenn ich auf der Brücke bin, dass sie transparent ist. Sondern ich möchte ja nur, wenn ich unter der Brücke bin, dass sie transparent ist. Also der Schalter muss auf jeden Fall aus sein. Gut. Dann brauchen wir die Koordinaten von der Brücke. Da haben wir einmal 5, 2 bis 9, 2 und 5, 3 bis 9, 3. Da würde ich einfach das hier kopieren. Geht am einfachsten. Zack. Schaltersteuern können wir aber rauslöschen. Und schreiben dann hier einfach aus der 1 jeweils eine 2 und aus der 4 jeweils eine 3. Geht am schnellsten jetzt. Und dann hat sich die Sache. Es geht wie gesagt alles auch ein bisschen optimaler. Aber ich denke so ist es immer die beste Variante. Ich versuche immer eine Variante zu wählen, die relativ simpel zu verstehen ist. Und halt auch funktioniert natürlich. Und auch sinnvoll ist. Irgendwo. Es ist natürlich immer ein Spagat zwischen sinnvoll und simpel. Ich hoffe, dass der ein oder andere das dann versteht, wenn er eine bessere Option hat, dass es dann vielleicht aber für den ein oder anderen dann vielleicht komplizierter zu verstehen ist. Gut. Nun müssen wir die Brücke unsichtbar machen beziehungsweise transparent. Das ist ein bisschen nervig. Wirklich. Das ist ein bisschen nervig. Dazu brauchen wir die Event-IDs. Da haben wir Event-ID 2 weil die hier oben auf dem Berg muss ja nicht transparent werden. Aber da haben wir die 2 bis 6 und die 9 bis 13 2 bis 6 9 bis 13 Ich hoffe, ich kann mir das merken. Wenn nicht, habe ich jetzt ein Problem. Ganz einfach. Dann gehen wir auf die zweite Seite der Eventbefehle. Bewegungsroute festlegen. Wir wählen Event 2 Ihr könnt dem auch Namen geben den Events dann ist das vielleicht ein bisschen leichter wenn ihr hier Brücke reinschreibt aber wie gesagt Änderung verwerfen ja bitte spielt jetzt für mich jetzt keine Rolle So Event 2 Deckkraft ändern und hier könnt ihr dann eine beliebige Deckkraft eingeben die ihr möchtet Ich habe jetzt 120 ausprobiert und das sah eigentlich ganz gut aus ist ungefähr die Hälfte und das sah eigentlich ganz gut aus Das kann man natürlich dann beliebig einstellen So Okay Nein Warten auf Schluss wegmachen Warten auf Schluss wegmachen ganz wichtig Warten auf Schluss wegmachen Okay Okay So weil das machen wir nämlich nicht wir warten nicht bis das vorbei ist weil wir wollen ja gleich das nächste unsichtbar machen So und jetzt wird es ein bisschen nervig weil wir müssen das Ganze jetzt für die ganzen Ereignisse machen Das ist ein bisschen nervig aber wenn man es einmal gemacht hat wie gesagt dann ist der ganze Kram vorbei STRG C STRG V Leertaste Pfeiltaste nach unten dann stellt er sich automatisch hier auf Event 3 Enter STRG C STRG V Leertaste Steuerkreuz runter STRG C STRG V Leertaste Pfeiltaste runter STRG C STRG V Leertaste runter Fertig Gut haben wir die erste Reihe das war 2 bis 6 und dann ging es weiter bei 9 bis 13 glaube ich also STRG V äh STRG C STRG V Entschuldigung dann 9 und dann das Ganze bis 13 Also es geht es hält sich in Grenzen weil meine Brücke ist ja noch relativ klein aber es nervt halt trotzdem ein bisschen aber wenn man es wie gesagt einmal gemacht hat hat man es gemacht dann ist das Ganze vorbei probieren wir das Ganze mal aus jetzt müsste die Brücke ja unsichtbar werden sie wird halt äh transparent sie wird halt nur nicht mehr äh wieder sichtbar das ist das nächste Problem also wenn ich jetzt hier weglaufe wird sie nicht wieder normal aber das funktioniert schon mal sehr 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 gut ähm und jetzt machen wir das Ganze wieder sichtbar das das habe ich dann einfach hier eingefügt mit bei ähm wenn die Brücke auf ausgeschalten wird also wenn ich quasi hier auf dieser Reihe oder auf dieser Reihe bin also auf gut Deutsch wenn ich nicht mehr unter der Brücke bin so und da kopiere ich das einfach rein das geht nämlich ein bisschen schneller von fertig kopiere ich einfach rein hier zack mit voller Deckkraft 255 wieder dieselben Events und das kopiere ich jetzt einfach rein ihr wisst ja wie es geht so das ist jetzt für euch einfach damit es ein bisschen schneller ist gut alles klar das kopiert ihr einfach hier oben rein und dann sollte das Ganze funktionieren wir probieren das einfach mal aus und probieren es aus wir gehen drunter und zack es funktioniert natürlich ist das jetzt bei einer zweifelderbreiten Brücke nicht so wichtig dass sie transparent wird aber bei einer dreifelderbreiten Brücke ist das schon wieder ein bisschen was anderes vielleicht oder falls man was drunter verstecken möchte und das machen wir als nächstes wir verstecken jetzt eine Truhe darunter wir machen einfach schnellereignis rechtsklick schnellereignis erstellung äh äh wir machen da einfach mal 10 Gold rein hatte ich vorhin auch gemacht in der Probe 10 Gold zack wir nennen das Item ach das Item das Event Schatz damit ich das ähm besser finden kann nachher weil das muss ich mir jetzt raussuchen warum erstellen wir es hier oben und nicht direkt unter der Brücke weil das nicht geht ich kann kein Ereignis erstellen wo bereits eins ist das ist halt schlecht und deswegen brauchen wir nämlich jetzt auch noch ein Ereignis das die Position dieses Ereignisses ändert also brauchen wir hier noch ein drittes zack das stellen wir wieder auf parallel oder auf Autorun ich spiele in dem Fall glaube ich keine Rolle wir stellen es auf Autorun wir stellen es auf Autorun ich glaube dann startet es bei Frame 0 und bei parallel startet es glaube ich bei Frame 1 dann könnte es sein dass die Truhe oben leicht kurz ein Frame zu sehen ist ich glaube Autorun startet bei Frame 0 bin mir jetzt nicht ganz sicher also wenn ich hier Käse erzähle ähm dann verzeiht mir das bitte eigenes Standort festlegen ist auf der zweiten Seite relativ weit oben das dritte von oben auf der linken Seite dann wählen wir als Ereignis unseren Schatz deswegen habe ich auch ähm dem einen Namen gegeben damit ich es besser finden kann jetzt ähm machen direkte Zuweisung und stellen die Truhe hier hin und drücken auf OK übernehmen wir müssen aber das Ereignis am besten noch löschen warum löschen und warum nicht über Schalter ähm beziehungsweise Selbstschalter und Ereignisseiten weil jedes Mal wenn die Map betreten wird muss dieses Ereignis wieder neu ausgeführt werden und da ist Ereignis löschen die beste Methode finde ich persönlich so jetzt wird die Truhe positioniert aber es gibt immer noch ein kleines Problem bei der Sache wirklich werdet ihr gleich sehen werdet ihr gleich sehen weil wir haben jetzt hier die Truhe und sie ist tatsächlich unter der Brücke das funktioniert super wirklich super aber wenn ich jetzt hochgehe steht sie plötzlich auf der Brücke und wenn ich runtergehe ist sie wieder unter der Brücke genau dasselbe wie es halt mit den Spielfiguren ist also ich kann jetzt mit ähm F9 ups das war nicht so geplant Entschuldigung oh no ähm mit F9 jetzt bin ich auf der falschen Map lustig lustig äh Vorführeffekt sorry Leute äh okay mit F9 kann ich das Ganze natürlich dann auch umschalten und wie ihr seht das Problem ist halt einfach dass die Truhe auch die Ebene wechselt von unter der Brücke auf die Brücke und hin und her das ist schlecht wie machen wir das Ganze ganz einfach das ist wirklich simpel wir machen eine dritte Eventpage wir haben hier zwei Eventpage einmal die geschlossene Truhe und einmal die geöffnete Truhe wir machen eine neue Ereignisseite und machen als Schalter einfach auf Brücke das heißt wenn wir auf der Brücke gehen können gibt es die Truhe einfach nicht dann kann ich sie nicht ansprechen nicht öffnen sie existiert einfach nicht das heißt auf gut Deutsch sie ist weg aber das kriegt der Spieler ja nie mit der weiß das gar nicht dass die Truhe fehlt dass sie nicht mehr da ist das weiß der nicht also das heißt auf gut Deutsch dass die Truhe jetzt gar nicht existiert die existiert gar nicht sie ist nicht da aber das kann der Spieler nicht wissen wie gesagt das interessiert ihn auch gar nicht so und hier ist sie natürlich und dann kann ich sie auch öffnen ganz normal das funktioniert alles und ich kann wieder hochgehen und jetzt ist die Truhe weg aber es funktioniert es funktioniert okay Leute es funktioniert das ist das Wichtigste was ich auch noch gemacht habe in Fertig Version 2 ich habe hier noch einen Weg gezogen ähm das habe ich gemacht damit der Spieler auch weiß dass er über die Brücke äh unter der Brücke durchgehen kann das ist nicht so verkehrt da einen Weg zu ziehen das symbolisiert quasi du kannst auch unter der Brücke durchgehen dann weiß der Spieler das falls er andere ABG Maker Spiele gewohnt ist wo das dann nicht geht eventuell dann weiß der Spieler dass es bei euch eventuell geht durch den Weg das ist halt wirklich praktisch was auch noch geht wäre dann hier ein Schild platzieren wo dann sowas steht wie nördlich äh keine Ahnung Kingtown oder so äh Kingtown sorry mir jetzt keine sinnvoller Namen eingefallen äh okay das war es soweit von mir das war das Tutorial wir haben diesmal ein bisschen länger gebraucht als beim letzten Mal aber es war auch ein bisschen mehr Inhalt und ich hoffe dass euch das Ganze ein bisschen gefallen hat dass ihr die ein oder andere Sache gelernt habt ich denke mal schon wie gesagt das muss auch nicht muss keine Brücke sein das kann auch irgendwas anderes sein ein Zaun oder so wo man dahinter lang gehen kann und dann wird der transparente Zaun also eine größere Mauer also ich meine jetzt kein ähm keine Ahnung 30 cm hohen Zaun äh knöchelhoch keine Ahnung na gut 30 cm sind nicht nur knöchelhoch ah ihr wisst was ich meine sondern ich meine richtig so einen großen äh Lattenzaun hier mit keine Ahnung zwei Meter Höhe oder so wo hinter sich einer verstecken möchte halt eher schon eine Art Mauer so gut das Ganze funktioniert sehr gut und wie gesagt mit der Transparenz da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren ob die 120 angemessen sind ich finde die eigentlich sehr gut ja kann man ja immer ein bisschen rumprobieren was auch noch geht viele haben wahrscheinlich jetzt schon weggeschalten was auch noch geht ähm habe ich bei mir auch gemacht also bei fertig Version 2 ihr könnt ganz ans Ende noch ein Warten reinsetzen das ist nicht nötig eigentlich aber kann Performance sparen wenn ihr hier ein Warten rein macht zum Beispiel von 6 das ist dann eine zehntel Sekunde dann führt er diese Positionsabfragen etc nur 6 ach Quatsch nur 10 Entschuldigung 10 nicht 6 also ich wollte gerade sagen alle 6 Frames aber hab's dann ihr wisst was ich meine nur alle 10 Sekunden ach alle 10 Sekunden oh nein was rede ich denn für ein Quatsch alle zehntel Sekunde führt er das dann aus also 10 mal die Sekunde jetzt hab ich's sorry Leute er führt das dann nur 10 mal die Sekunde aus und nicht 60 mal die Sekunde es ist halt übelster Quatsch das 60 mal die Sekunde auszuführen ihr merkt da keinen Unterschied das ist es funktioniert genau so gut wie vorher also ja ich merke da keinen Unterschied ich weiß nicht ob ihr da jetzt einen Unterschied seht na gut auf YouTube sowieso nicht das ist kein 60 FPS Video aber ähm ja selbst wenn der mal 1 2 Frames zu spät auf Transparenz schaltet das das nimmt doch keinen Spieler wahr mal ganz ehrlich also wie gesagt dass dass der das nur 10 mal pro Sekunde abfragt und nicht 60 mal das ist eigentlich vollkommen in Ordnung könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen langsamer machen oder seltener aber ich denke mal das ist eigentlich die optimale Mischung zwischen Perfektion und Performance gut also könnt ihr auch noch ein bisschen Performance sparen indem ihr einfach einen Wait Befehl unten ransetzt und dann hat sich die Sache gut Tschüssli danke fürs Zuschauen ich hoffe das Video hat euch gefallen ihr könnt ja auch ein bisschen was in die Kommentare schreiben vielleicht habt ihr auch noch eigene Ergänzungsideen oder ähm andere Ideen wie ihr das vielleicht umsetzen wollen würdet wie gesagt es ist nicht die optimale Version aber ich würde es privat jetzt für mich persönlich in meinen Spielen wahrscheinlich sogar 1 zu 1 genau so umsetzen also es ist wirklich eine praktikable Lösung finde ich jetzt persönlich ich finde die Lösung gut gut Tschüssli